Jetzt bloß keine Schwächephase. Die Bayern wollen nach der 0-2-Hinspiel-Niederlage beim FC Arsenal und der enttäuschenden Nullnummer bei Eintracht Frankfurt zurück in die Erfolgsspur. Am vierten Spieltag der Champions League kommen die Londoner nach München. Gästecoach Arsen Wenger kann sich gut vorstellen, was auf ihn und seine Elf in der Allianz Arena wartet. Ich erwarte eine Mannschaft, die uns unter Druck setzen wird und auch die sehr offensiv spielen wird. Die haben so ein großes offensives Potenzial, dass wir wissen, dass wir gut verteidigen müssen. Aber vielleicht ist für uns das Beste auch in die Offensive zu gehen und versuchen Tore zu machen. Die Bayern führen die Gruppe F aktuell punktgleich mit Olympiacos Pireos an. Um die Führung zu behalten, darf sich die Elf von Pep Guardiola aber keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Die Ganners wissen seit dem Hinspiel vor zwei Wochen aber, wie man die einst Unschlagbaren besiegt. Wir haben Geduld gezeigt, haben gut verteidigt und haben auch Chancen gehabt in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit. Und hoffentlich können wir das wieder erholen morgen. Arjen Robben und Co. werden da allerdings etwas gegen haben. Zwei Niederlagen gegen den gleichen Gegner binnen 14 Tagen, das würde so gar nicht zum Rekordmeister passen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017